Ich laufe mal hier die Autobahn runter, ne? Vielleicht verkrumpft was. OWK, OWK. Hab Metz. Ich ruute den King, lass den einfach stehen. Luri steht rechts im Stunt hier. Ah, Metz. Ich hab dich. Wir nehmen dann mein Target direkt. Ich bin der Metz. Kommt noch eine Gruppe rein. Noch eine Gruppe kommt rein. Ah, das ist hier scheiß Gruppe. Ich bin geroutet leider. Ab dich, ab dich, ab dich, ab dich. Ah, fuck. Ich dropp da mal rein, ich Metz da rein jetzt. Metz geht ja auf die Ad-Gruppe. Metz gut drin. Yo, Metz. Ich hab hinten einen drin. Guter Metz drin jetzt, Leute. Recht guter Metz. Zieht hoch und tötet ihn. Geh mich hinten oder kann ich vorne bleiben? Geh vor, geh vor. Geh vor. Ah, Damage, 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 Damage. Okay, läuft. Danke. Was ist das Thema? Der Char wird von mir geroutet. Ein bisschen rein. Ich bin hier. Der Char muss weg hier hinten, denn ja. Er macht den Char weg hier hinten, wenn du kannst. Dements kommt. Ah, ne. Dements. De-Buff Nukes an Zyrax. De-Buff. Okay. Speck Card, Base Card für Zyrax. Ich mach gut. Komm zurück. Ich komm nicht nach. Ich komm nicht nach. Pick mal den Barden. Pick mal den Barden hier rechts. Don't go. Don't push too hard, guys. Komm. Nicht. Der ist der Mock, glaube ich. Ich kann ihn nicht, De-Buff. Ich retze. Ich versuch zu retzen. De-Buff. Immer noch Metz. De-Buff. De-Buff. Ja, De-Buff. Ah, wo ist der, Alter? Jetzt, De-Buff. Oh, der droppt nicht. Ich single-metze den, den Champ. Lass ihn Platz. I can't fight. De-Buff. Ich single-metze den jetzt. Lass ihn. Geh vor. Okay, töten. Töten. Ah. De-Buff. Kannst du retzen? Ja, hab ihn. Go, 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 go. Oh, Alter. Sag doch bitte irgendwas an. Ich geb dir jetzt einen Bar out. Die Caster stehen in den Metz. Die Caster stehen in den Metz. Ne, kein Bar out. Ich hab auch nicht mehr Buffs. Die Metz, die Metz. Egal. Ich hab nämlich ohne Buffs da rein. De-Buff, go, go, go. Ich hab den Kelten-Mentor endlich mal gefunden. De-Buff, edge. De-Buff, edge. Luriken-Mentz, ja. Komm, vernichte die. Die Pads laufen. Jetzt vernichte die bitte. De-Buff. I need all Buffs for Zyrax. Kommt gleich. De-Buff. De-Buff. Da laufen jetzt Pads drauf. Okay, jetzt mach tot bitte. Linke Seite kommt der Druid mit dem Stump-Pad noch. Ja. De-Buff, die Metz kommt. Mach mal dein Pad neu und wo ist das? Das ist vorne am Raden, Mann. Perfekt. rote mal den kackspaster ab, dass die nicht mal weglaufen können Versuch's mal die zu 10 am Tau, ich geh zu meinem Pet pass ich mal Diese Bastarde, ihr Abwichser, ihr Scheißfrozen, ey Finkelkrotze, oh Mann Ja, ich wüsste ich Die sind so schlecht Ja, ja Sarah ist da, wollen wir zuvor? Ich hab einige Leute